Immer einen Hit voraus. Mein letztes SMS. Ich habe mein Handy nicht dabei, weil es war von meiner Mutter, wie es mir geht. Hey, ich bin am Montag wieder in Köln. Hast du die Woche Lust auf Nudeln mit Tomatensauce bei mir in der WG? Vielleicht am Dienstagabend? Viele liebe Grüße. Bei mir, dass ich mein Datenvolumen erreicht habe. Ich würde gerne ein Selfie machen, gemeinsam mit. Iris von What Does The Fox Say? Mit dem vom Oscar mache ich ein Selfie, während die hinten ein Selfie machen. Miley Selfieception. Miley Cyrus, Zunge an Zunge. Das Internet macht uns. Verrückt. Ja, abhängig. Macht uns Arbeit. Unser Lieblingswitz. Rollt ein Ball um die Ecken, fällt um. Das ist ein Klassiker. Was ist groß, blau und frisst Steine? Der große, blaue Steinfresser. Himmel. Wir lieben uns, weil... Wir jetzt auch so sehr hasst. Einfach leibern sind. Nein, warum lieben wir uns? Weil der Rosa auf Facebook ein Video gepostet hat, dass er uns liebt. Stimmt. Deshalb müssen wir uns jetzt alle lieben. Wir sind stolz auf... Uns. White Teddy. Haben wir gut gemacht. Auf Österreich. Auf Leiberns von mir. So, nächste Frage. Danke. Bitte. Bitteschön. Antenne. Was sagst du? Muss ich auch was sagen? Ja. Danke auch. Immer einen Weg voraus. Weg voraus. Antenne.